Während der ganzen Wintersaison fahren die Fussgänger für nur 10 Franken von Sörenberg auf das Brienzern Rothorn. Schon die Fahrt mit der Gondelbahn auf 2350 Höhenmeter ist spektakulär. Liebe Gäste, willkommen vom höchsten Luzerner. Vom höchsten Luzerner Gipfel sieht man weit. Über den türkisblauen Brienzernsee und die Berner Alpen mit Eigermönch und Jungfrau oder über den Napf bis ins Schwarzwaldgebiet. Der Blick über 690 Gipfel ist einfach atemberaubend. Erst recht bei der klaren Luft eines kalten Wintertags. Dank der grossen Fensterfronten kann man die Rundsicht nicht nur auf der Terrasse, sondern auch an der Wärme des Gipfelrestaurants Rothorn geniessen. André Emmenecker und sein Team verwöhnen Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten oder einfach mit etwas Süssem für zwischendrin. Genuss pur für Liebe und Seele. 1 1 1 2